hallo servus bei monaco deluxe schön dass du draufgeklickt hast es ist time for kitchen deluxe es wird gekocht heute nämlich ein eiweißfluff im internet entdeckt bin neugierig gewesen deswegen probieren wir es einfach mal aus dieses paket gibt es fix und fertig mit rezept bei amazon und habe ich es auch gesehen deswegen probieren wir es einfach mal aus klingt gesund gerade für den sommer gesund frisch und in der verpackung haben wir ein eiweiß und zwei verschiedene süßfunksmittel und ich würde sagen wir liegen einfach mal los und probieren es aus wir geben jetzt 40 gramm von einem flüssigen eiweiß in den thermomix und schlagen das eiweiß steif so jetzt geben wir 15 gramm von der bio süße hinein und jetzt geben wir noch sieben gramm vom fieber führer dazu fertig ist unser eiweißfluff ihr seht wie schön steif der ist die himbeeren bleiben richtig schön oben drauf und natürlich mit erdbeeren oder himbeeren ist das was richtig leckeres in nur vier minuten habe ich im thermomix auf stufe vier das ganze gemixt und gerührt besser gesagt und das super leichtes sommer dass er hat gerade mal 37 kalorien also mein absoluter favorit für diesen sommer ich hoffe das video von kitchen deluxe hat euch gefallen lasst mir einen daumen hoch da noch viel viel besser hier drauf klicken abonnieren ihr wirst support ist kein mord und dort oben habe ich ein video was euch gefallen könnte also einfach mal rein und wir sehen uns wieder bei der nächsten folge von monaco deluxe